Mit diesem Video möchte ich euch mal sagen, oder mit Let's Play Marcos anreden, dass er das Minecraft Let's Play weitermachen sollte. Da habe ich gesehen beim Video Part 24, es sind schon so viele Kommentare, dass ich weitermachen soll und ich mache da jetzt auch ein Video drauf. Das sind nämlich schon über zwei Jahre. Let's Play Marcos, bitte, mach weiter. Deine Videos sind sehr toll. Und was auch viele Abonnenten bei 100.000, das freut mich. Vielen Dank.